Hier noch, da noch, da noch, da noch, hier noch, da, so, das weiß ich nicht alles, ich weiß, dass ich noch mehr habe, aber ich will mal ganz kurz erstmal hier, die Samen, damit ich die nicht verliere, hier gucken wir, dass Samen noch etwas anderes machen können, also außer Futter für Hühner, weil ganz ehrlich, Hühner, äh, haben wir genug, das, äh, naja, mal schon, aber ich hätte mir damals gewünscht, dass Samen Futter für Hühner werden, das hat echt funktioniert und im Endeffekt war es doch irgendwie so, Erklär mir mal einer, warum da immer mehr Hühner entstehen. Äh, weg damit. Okay, dann packe ich jetzt hier mal die Samen rein. Und ich nehme mir dafür das mit. Und dann probieren wir mal, was wir hier rauskriegen. Hey, 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 hey. Okay, das wird nichts mehr. Also ungefähr 70 Ballen kriegen wir raus. Wenn wir das einmal machen, das ist jetzt nicht unbedingt viel. Wir sollten uns eigentlich keine Zombies überraschen können. Hoffe ich jetzt einfach mal. Deswegen pflanze ich einfach mal nachts hier an. Aber rein theoretisch, dass das hier eine abgesicherte Stelle. So, solche Geräusche machen einem überhaupt keine Angst nachts. Wenn man eh schon so ein Problem mit Zombies hat, dann machen wir solche Geräusche absolut keinen Schiss. La 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 la. So. So. Es ist so ein, ich glaube, man müsste irgendwas erfinden, damit sich das Weizen, damit sich die Samen wieder automatisch... Ja. Es ist, das ist eine nervige Arbeit mit den Feldern. Oh, so wird es jetzt ja auch Zombies. Oh. So, das ist eine sichere Stelle, die können wir jetzt ein bisschen stehen. Ja, glaubst du auch nur du. So, okay. Gleich haben wir das erste Feld wieder bestellt. Und dann können wir nicht mal ganz kurz pennen gehen. So. Was machen die eigentlich hier? Wow. Wo kommt das denn jetzt her? Ich hab nichts gesehen, ich bin nur gerannt. Gute Nacht. Ach, kannst du einen Schub Wasser trinken? Ich hab noch so von hier hinten die Pilze, sieht sie das voll cool aus. So, da geht der Spaß. Wir sind ja noch lange nicht fertig. Ist hier kein Zaun? Nö. Hier ist kein Zaun. So. Ich hab mir die Hälfte mitgenommen. Äh, das könnte sogar fast reichen. Äh, das heißt, wir würden richtig viel überhaben an Samen, wenn das so wäre. Und müssten da... Keine Ahnung. Ein Samenlager. Haha, ein Samenlager. Weißt du, Zweidötigkeit und so. Haha, witzig. Errichten. Samenlager. Samenlager. Eine potenzsteigernde Wirtschafts-Option. Badumts. Hey. Er versucht wieder witzig zu sein. Tötet ihn. So. Kommt da hinten noch was? Oh. Jetzt müssen wir mal gucken, was man macht, während man das fragt. Nee, das sind die letzten beiden Felder. Also vier in dem Sinne. So. So. Schön, dass wenn man noch mal eine Half-Step auf dem Feld steigt, springt man ja auch in gewisser Weise. Und, äh, das tut die Felder nicht kaputt machen, für die, die es interessiert. Ich kann das mal beweisen, für Leute, die es mir nicht glauben sollen. Guck mal hier. Flupp. 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 Das passiert gar nicht in dem Feld. Das ist ziemlich geil. So. Hat nicht ganz gereicht. Ach, hier ist auch noch ein Feld, okay. Also habt ihr in der Menge übrig. War ich das noch jetzt? Bitte reiche. Yay. Ich nehme jetzt noch mal das jetzt zur Hand. Ich mache noch mal ein paar Sticks. So, auch hier noch mal ein paar. Guck mal, hier meine ganzen Zaunmisszähnte basteln, was ich hier angefangen habe. So, dann hätten wir jetzt das hier alles eingezäunt. Hier, ähm, können wir das noch so machen. Ähm, was ich hier habe, was ich weiß, ehrlich gesagt, noch gar nicht. Momentan ist einfach nur Wiese. Wer weiß. Ähm, Moment. Wir machen gleich mal hier hinten das Loch zu. Hier war ja noch. Genau. Hier geht es dann auf die Schweinefarm. Schwarm, Schwarm. Später. Jetzt brauche ich nur noch mein abgeerntetes. Und ja, es dauert also immer so, es sind immer so 70 Dinger, die wir bekommen. Ist jetzt nicht die Welt, aber besser als gar nichts. Ist doch wohl gar nichts mehr mit denen hier, oder was? Oh. Na gut. Na gut. Ähm, hinten das ist gemacht. Du, du, du. Söber. So, machen wir mal. Ja, es sieht auch nicht schlecht aus, ne? Wir sind doppelt so, aber wie eine Hecke, so. Angeordnet sieht auch nicht schlecht aus. so ist ein braunhof der kann ein bisschen verstrübt aussehen und dann tue ich mal ins dach investieren so zup auch hier hier und das hier müsste dann theoretisch gesehen auch so gemacht werden so und das war's schon gut es hat einiges gebracht aber war jetzt auch nicht so berauschend ja muss ich glaube von der anderen seite mal anschauen von der anderen seite muss wird noch ein bisschen dauern na gut meine Freunde das war's erstmal für heute wieder also für jetzt ich habe noch eine ganze Menge zu tun aber momentan mache ich wieder so kurze Minecraft Aufnahmen so ich muss vor allen Dingen noch League of Legends aufnehmen ich habe für morgen wieder keine folgen das Problem bei League of Legends ist ich muss Spiele gewinnen um die aufnehmen zu können und ja natürlich so wenig zockt wie ich und dann keine gewinnt in der Zeit wo man zockt dann wird scheiße dann gut bis zum nächsten Mal tschüss 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 bis zum nächsten Mal tschüss